Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Floristik-Kanal. So geht Floristik. Was du hier findest? Ganz viele Tipps und Tricks für wunderschöne floristische Arbeiten mit sehr viel Natur. Ich bin ein totaler Naturfreak und im Laufe der 10 Jahre, die ich mein Floristik-Fachgeschäft im Taunus habe, habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt und zeige dir viele Arbeiten. Es gibt jetzt bereits über 80 Videos von mir. Abonnieren lohnt sich und ich arbeite auch mit einem sehr guten Juristik-Bedarfsanbieter zusammen. Da gibt es einen Fan-Rabatt. Schau rein und da erfährst du mehr. Ja und abonnieren und dranbleiben lohnt sich und ich freue mich über jeden Abonnenten-Kommentar, über viel Leben in meinem Kanal. Bis bald. Tschüss.